Hallo und herzlich willkommen zum Bollywood Filmtipp der Woche und diese Kritik widme ich einer guten Freundin, die sich diesen Film gewünscht hat, dass ich den mal rezensiere. Und deswegen geht es hier um Guzarich, die Magie des Lebens von Sanjay Lila Bansali mit Ritik Roshan und Ashwari Rai in den Hauptrollen. Es geht um den berühmten Magier Ethan, der nach einem Unfall von Hals abwärts gelähmt ist. Dennoch hat er seine Lebensfreude nicht verloren. Bei einem Radiosender gibt er verzweifelten Menschen mit seinen Worten neue Hoffnung. Eines Tages reicht er jedoch vor Gericht einen Gesuch um Sterbehilfe ein. Ja, ein Film, der leider zu einem ganz großen Flop kombinierte im Jahr 2010. Doch verdient hat er es definitiv nicht. Was macht Guzarich so besonders? Es handelt sich um einen Film von Sanjay Lila Bansali, einen der besten künstlerisch versiertesten und anspruchsvollsten Regisseure Indiens, der Film nach einem ganz bestimmten Muster und Formel inszeniert, wie Devdas, Ramlela, Bajrao, Mastani und eben auch hier Guzarich mit Ritik Roshan und Erich Berriere. Zwei absolute Megastars von Bollywood, wo man meinen müsste, sie würden den Film definitiv zu einem Erfolg machen. Ein Beweis dafür, dass die Besetzung einen Film nicht immer zum Erfolg verhelfen kann. Warum er nicht so gut angekommen ist, da aber lässt sich streiten. Zum einen, weil er sehr langsam ist und es ist ein typischer Bansali zu seiner Zeit, der sehr künstlerisch, sehr poetisch, sehr prätentiös gewesen ist in seiner Karriere, der zu dieser Zeit auch sehr dunkle Filme gemacht hat, unter anderem auch Black. Es geht aber auch um Sterbehilfe und dieses Thema ist halt auch nicht für jedermann. Das Thema wird hier sehr vorsichtig, sehr ernst und nachvollziehbar behandelt, auch wenn die Umsetzung typisch für Bansali sehr prunkvoll, prachtvoll, überlebensgroß, mit einem Palast und bestimmten Farben inszeniert wurde, was ihn ein Stück weit der Realität beraubt, was man Bansali immer vorwerfen kann. Das bodenständige und realitätsnahe wird einfach immer in den Hintergrund gerückt, aber davon sollte man sich nicht blenden lassen. Ich finde, auch in diesem Film steckt enorm viel Fleisch. Ja, es wirkt wie ein wunderschönes Gemälde, woran sich ein Künstler halt austobt und so sind seine Filme. Alles ist perfekt, beinahe schon zu perfekt. Der Film, die Kamera, die Bilder, das Coloring, die Filter ist immer wieder fabelhaft, geradezu magisch oder majestätisch, dunkel und fordert Zauber. Technisch auf höchstem Niveau mal wieder. Auch die Atmosphäre, die Stimmung ist speziell mit dem großen verlassenen Palast der Einsamkeit. Bollywood kann auch solche Stoffe sehr groß inszenieren, obwohl es eine so kleine und intime Geschichte ist. Die Story, das Drehbuch ist gut. Es geht um einen Mann, der endlich sterben möchte. Ich bin übrigens für die Sterbehilfe und alleine, dass Bollywood in den hier dieses Thema aufmacht, muss man den Film schon mal gesehen haben. Der Film bringt uns das Leben dieses Mannes oder bringt uns diesen Schicksalsschlag oder den Wunsch nach der Sterbehilfe sehr nah. Ich kann absolut verstehen und nachvollziehen, warum er nicht mehr leben möchte. Gleichzeitig entdeckt er wieder die Liebe in sich, wenn ihm seine neue Haushälterin vorgestellt wird, die sich um ihn kümmern soll. Hier gespielt von Erichwari Harei. Die Besetzung ist top. Erichwari Harei und Riddick Roshan passen als Paar wunderbar zusammen. Sie harmonieren bestens. Hat mir noch einen Ticken besser gefallen als in Doom 2. Auch Esch spielt hier durchaus mal überzeugend. Sie ist eine starke Frau und hat sich gut und wacker geschlagen. Sie ist ja nun mal schauspielerisch nicht gerade die allerbeste Schauspielerin, wie ich finde. Ja, und Riddick auf der anderen Seite. Hat viel Erfahrung natürlich sammeln können in den Jahren davor. Er ist zu einem sehr reifen und erwachsenen Schauspieler geworden und er hat sich stets weiterentwickelt und letztendlich sieht man das in Gusarich, wo er seine schauspielisch beste Leistung abgeliefert hat. Er konnte nämlich nicht das nutzen, was ihn so bekannt gemacht hat. Sprich, er musste auf seinen Körper verzichten. Auf seinen Tanz musste er verzichten und sich komplett aufs Akten, also aufs Schauspielen konzentrieren und hat gezeigt, was in ihm steckt. Eine grandiose Leistung von Riddick, der verdientermaßen einer der größten und besten Bollywood-Stars weltweit geworden ist. Der Look war cool. Mir hat das magische Element gefallen. Das wirkte auch so zum Rest des Films, auch mit den Farmen und dieses Künstlerische und diese alte Inszenierung in dem Haus oder Palast mitsamt den Klamotten und den Bühnenshows, weil er ja eben ein Zauberkünstler und Mager gewesen ist. Der Film wirkt auch sehr emotional, auch gerade gegen Ende hin. Man kann sich mit der Liebesgeschichte identifizieren oder zumindest gut connecten mit. Das Ende ist auf seine ganz eigene Art und Weise schön und eben nicht so depressiv oder traurig. Zum anderen ist es irgendwie doch traurig. Es kommt immer auf den Standpunkt an, wo man gerade steht. Ein bisschen Melancholie spielt bei diesem Film immer eine gewisse Rolle. Ohne die Poesie und prachtvolle Melancholie und Ambiente, die Art der Schauspielerei und auch die großen Stars wäre es auch kein echter Bansali, wenn man mal ehrlich ist. Das CGI ist ganz gut, weil es gewisse Bilder und Szenen einfach noch ein bisschen größer macht und einen besonderen Touch gibt und eine besondere Optik und Look und Charme und Flair besitzt, aber wirkt jetzt auch nicht zu viel. Die Musik ist eher begleitend. Relativ wenige Stücke, wo jetzt wirklich getanzt und gesungen wird, wäre auch nicht passend für so einen Film. Man kann den Film vorwerfen, dass er zu prätentiös ist. Das kann man übrigens jedem Bansali-Film vorwerfen, dass er eben weit weg von der Realität spielt und man halt der Mann oder die Figuren in diesem Film immer reich sind. Die müssen alle reich sein. Also da gibt es keine Armen, um eben genau solche großen, prunkvollen Bilder zu erschaffen und zu kreieren. Das ist einfach Bansalis Stil und ich finde, jeder gute Regisseur hat so seinen eigenen Stil und Bansali hat einfach seine eigene Handschrift. Und deswegen finde ich das nicht weiter tragisch. Sicherlich ist der Film nicht leicht verdaulich, gerade halt, wenn es um dieses Thema geht. Und das ist auch ein Remake eines Hollywood-Films, halt nur in Indisch, aber das tut ja auch keinen Abbruch. Er drückt definitiv auf die Tränen, Drüsen, obwohl das Thema Sterbehilfe auch sehr humoristisch und humorvoll behandelt wird. Gerade durch das Spiel von den beiden Ash und Riddick. Trotzdem wird es sehr emotional, hat aber eben auch Witz und Humor. Auch weil Riddick durch seine Lähmung vielleicht einen kleinen Knacks in seinem Kopf bekommen hat. Es passiert auch nicht sonderlich viel. Das kann man dem Film auch vorwerfen. Man kann einiges ankreien. Sprich, für manche kann er durchaus langweilig sein. Definitiv. Es ist eben ein Drama und er nimmt sich auch für dieses Drama Zeit und Ruhe und hetzt eben nicht. Ich finde es gut. Andere können damit ein Problem haben. Für einen Bollywood-Film ist er auch gar nicht so lang. Aber es wird eben auch nur an der Oberfläche gekratzt, kann man sagen. Sicher wird vieles angeschnitten. Viele Probleme und Schwierigkeiten, gerade im Alltag dieses Mannes, in seiner Lage. Und ja, ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Noch ein paar mehr Situationen. Ja, aber wie gesagt, sollte man, also man kann sich den Film definitiv anschauen. Ganz, ganz toller Bollywood-Film, der auch mal wieder eine andere Seite von Bollywood zeigt. Und eben ein wichtiges Thema aufgreift. Kein Film, den man jetzt so häufig sehen möchte. Jeweils geht es mir so. Und das spielt halt auch in meine Wertung immer so mit rein. Und deswegen gebe ich dem Film 3,5 von 5 möglichen Sternen. Toller Film, sehr guter Film. Nicht frei von Kritik oder kleineren Schwächen oder Abstrichen. Dennoch schaut ihn euch an. Und das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat die Kritik gefallen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Schaut Filme, schaut Serien. Schaut bei Grow Strong Entertainment vorbei. Abonniert uns, unseren Kanal und folgt uns überall auf Instagram, Twitter und Facebook. Und das war es von meiner Seite. Und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Und ich verabschiede mich.